Kaffeefahrt, oder? Wir kommen jetzt eben so verkaufen. Ey, Benne, komm rechts an. Schmuck in Wert von 10.000 Euro wird uns für 500 Euro. Komm, Benne, was der Opel kann, können wir auch. Komm, sucht den Volvo eben rechts an der Seite. Daniel! Ey, Daniel! Ich find's geil. Ey, Sommer, du musst doch deine Höhe mal mit einbleiben. Das ist doch ein bisschen laber. Was ist das hier? Wir fragen mal, wohin wir da oder so. Trude, kannst du nicht mal irgendwie so ein T-Shirt hochdecken? Ey, dafür habt ihr im Moment ja noch. Ja, klar. Roadtrip. Von uns Männern hast du halt. Schönen Dank, Benne, hier einen Staub machen. Ja, ist auch cool. Das kannst du mal sein, oder? Rängel den ab, drängel den ab. Ja. Ey, du musst das ganze Leergut aufs Auto. Du musst mal, du musst mal gehen raus, nach ganz was eins fragen. Ja, das schmeißt du, ey. Alter, dich schnau. Mach auf, was ist das für einer? Mach auf! Willst du ein Bier, Armin? Ey, alles klar. Er spricht bayerisch, er versteht uns nicht. Wolf. Posium, boi! Er trinkt noch Marsbier. Ich bin 0,33 jetzt. Der Bundeslkw, der gibt kein Gas, ey. Fung ich mal raus. Nicht so, Benne, ihr könnt ja auch rechts rumfahren. Benne, fahr mal auf den Tieflader auf. Töppl schwer, das. Der gute Kängurusprit. Der Kängurusprit, ey. Ohne Scheiß, alles gleich kaputt, Getriebe auseinander geflogen. Franz, da müsst ihr euch nur Hand anlegen hier. Alle waren richtig am Schrauben. Und alle so ohnehin, ey, geil. Was ist mit Daniel? Komm, jetzt gib ihm die Vase. Richard, gib ihm Bonbons. Daniel! Warte, die macht eh keiner. Schmeiß ihn wieder hoch. Los, Daniel, los. Guck auf der Straße. Ja, ein Bonbon. Eins, zwei, drei. Du musst die anzuschmeißen. Ah, du hast keinen, ey. Wollt ihr auch noch eine Vase haben? Nein, will er nicht. Einer geht, er muss fahren, er muss fahren. Bei dem Tempo kannst du alles trinken können. Geräusche und der Clinic. Ich bin die Tür hier in der Tür. Jurgen, du hast keine Wase.